Die Ukraine kommt nicht zur Ruhe. Russland attackiert gezielt die Infrastruktur, die Ukrainerinnen und Ukrainer leiden. Nichtsdestotrotz denken viele bereits wieder an den Aufbau. Wir haben mit unserer Expertin Dr. Brigitte Triebel gesprochen. Sie gibt uns ein Update über die neuesten Entwicklungen im russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Und wir sprechen auch darüber, wie sie eine Delegation von Ukrainerinnen hier empfangen hat. Besonders spannend, sie wollen beim Wiederaufbau die Gleichberechtigung mitdenken. Welche Ideen haben sie? Mit welchen Gefühlen blicken sie auf den Winter? In einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Auslandsinfo Spotlight gehen wir auf diese Fragen ein. Den Podcast findet ihr im Link in der Bio oder überall da, wo es Podcasts gibt. Einfach nach Auslandsinfo in eurer Podcast-App suchen. Ein Angebot der Konrad-Adenauer-Stiftung Всем 2 Untertitel consistent 3 不知道 4 4 5 5 4